Hallo, ich bin Noel, wir sind hier am Stefan Sport Center und ich zeige euch heute die Bauchmaschine. Die Bauchmuskeln machen nur eine relativ kleine Bewegung, so als würdest du im Boxring eine in den Bauch kassieren. Das ist alles. Stell den Sitz so ein, dass die Polster oberhalb der Brust zu bieten kommen. Ich empfehle dir, die Füße nicht einzuhaken, denn dann würde der Hüftbeuger mitarbeiten. Die Füße einfach nur vorne aufsetzen, so isolierst du die Bauchmuskeln am besten. Ganz einfach den Widerstand per Knopfdruck einstellen. Jetzt den Bauch anspannen und mit dem Oberkörper nach vorne kommen. Und dann langsam wieder aufrichten. Ganz wichtig beim Anspannen und Ausatmen. So trainierst du den Bauch schön flach. Mit zunehmender Sicherheit darfst du schneller werden. So oft wiederholen, bis der Bauch klämt. Starke Bauchmuskeln schützen deine Wirbelsäule. Wenn du regelmäßig an der Bauchmaschine trainierst, ist dir ein flacher und schön definierter Bauch sicher. Und jetzt noch viel Spaß beim Training.